Hallo Ich bin gerade ein bisschen angetan, weil ohne Witz Hanky hat man wirklich eine Kiste mit bester Armor vom Spiel und Powertool und Lottos und Käse gegeben. Oh Gott, ich habe ja Ich bin ja auch am Fasten Ich habe einfach in meine EMC gefahren, die ja nicht so noch nicht gut ist, aber da stelle ich mir gerade einfach nur aber upgrades her anstatt irgendwas sinnvolles Ja, ich höre dich Okay, du brauchst einen Transmutation Table. Hallo hier oben, hallo Ja, dem musst du längst also nicht den ringen Habe ich dir auch einen kleinen Star Omega gegeben Ich glaube Ja Ja, der muss jetzt links oben in die Ecke, oder? Äh, ja Gehen wir dann jetzt mit dem Reden mit der Furnace voll Hä? Ah, ich seh's gerade Also den Kleider Ah, ich seh's gerade Und dann musst du den ins Inventar packen und dann den Ring einmal links klicken, der muss unten im Inventar sein und dann kannst du mit Doppel-Leertasse fliegen Gut, okay Also beides jetzt unten Ja, genau Okay, ich habe das Gefühl, der fällt gleich runter Also ich fall gleich runter Ah ne, okay, gut, wir können los Warte, dann hole ich mir noch kurz ein paar Enderaugen Nur der Ring darf nicht lila sein Oder rot Oh, er ist jetzt gerade rot Einmal rechts klicken, ist er aus Wieso, was ist lila oder rot? Dann verbraucht er auch die ganze Zeit ihren Ziel Äh, also wir müssen eigentlich gar nicht die Dinger töten erst Loll Habe ich das auch? Ich was nämlich Schaden Na egal, ich kill den mal Ist dir schon runtergefallen? Was? Ah ne Ich bin nochmal seinem geklitten auf den Drachen Ich kill den gerade Ja, ich arbeite auch Ey, blöde hier Ey, das ist jetzt... Oh, hoppla Da weh Ich bin schlichte dagegen geflogen Okay, ich glaube wir müssen den Dinger noch töten Muss man ja nicht eigentlich nur durchfliegen? Was? Also du nimmst dir halt echt einen Nullschaden Ich guck mal schon mal ein bisschen Endstone Dann kann man später noch das Ei abbauen Haha Ja, ich hatte sogar eine Redstone-Fackel dabei tatsächlich Wer nimmt das denn eigentlich? Komm, am besten mal noch ein Äh, kommt der dann Warte mal, ich sollte vielleicht ein Screenshot noch machen vorher Ja Hoi Hoi Äh Äh Gut, ich habe einen tollen Screenshot, wo ich mit dem Endergrafen laufe Ähm How to make good Thumbnails Okay, vielleicht sollten wir doch warten bis er runterkommt Ja Alter, das ist ja echt geil diese Waffe Jetzt ist man einfach eine Toolhit Oh, der kriegt einfach durch das Wort Siegeln Wie schnell geht das eigentlich zum Abbauen? Okay Na Gott Dieser Bosskampf ist mit der langweiligste, den es gibt Enderman, please, das Enderman Enderman, please, das ist doch langweilig Okay Richard von Geely move too quickly Oh Tja Oh, warte, ich habe so das dumme Gefühl, dass Flying noch nicht enabled ist Obwohl, den habe ich glaube ich schon gemacht Äh, ein bisschen runterkommen, sonst kommt er nie runter Ja Ah Fail No Yay Loll Loll Was passiert? Äh Kannst du mir helfen? Ich back hier im Obsidian drinne Ah, bin schon frei Rausbauen Ich einfach drin backte Komm mal wieder runter Also Ohne Bögen ist das echt kacke Herr Kampf Macht halt auch schon 20 Schaden, aber Naja Einnehme ich auch mal mit Dann kann ich die herstellen Ja, richtig Das ist primär der Grund, warum ich die auch brauche Also theoretisch, wenn man sich jetzt einfach nach Hause porten könnte Dann Äh Würde ich das wahrscheinlich jetzt machen Um den anderen am Leben zu lassen, aber Das geht halt irgendwie nicht Einfach Nein Boah, ohne Witz, ich habe uns genau einmal getroffen Ja Ich kann den einfach nicht hitten Das ist ungünstig Wer nimmt dann eigentlich das Ei? Bzw. hat das Ei EMC? Äh, ich denke nicht Ist ja halt schon cool, wenn wir dann das Ei einfach lieben Mal gut schauen Eck Ja, das hat EMC Geil 266.000 What? Das ist aber doch Geil, ich versuche nicht Okay, also ich meine, du kannst das Ding jetzt in Massen produzieren Oh, zweimal Nein Nein Tun wir aber so, als würden wir Obsidian farben Ich glaube, das passt dann Hä Wo ist er hin? Ah Na, kommt dann Oh, haha Okay, ich glaube, der lebt nicht mehr lange Nice Du hast dich übrigens zu schnell bewegt Level Einzige, was ich dann vielleicht noch bräuchte wäre Wasser Wegen Lava und sowas Das ist ja immer so ein kleines Problem in der Query Ha Andersseits, ich komme hier Ah, ich habe schon Wasser Okay Ich raste aus hier Okay Jetzt müsste das Ganze funktionieren dürfen Jetzt werde ich gemarfen Gleich Ich verliere so gerade ein leicht dezentim Überblick über meine Überblick über meine Billcroft Pipes hier Request Okay Okay Ah, das funktioniert Moment mal Hä? Okay Okay, das hat funktioniert Okay, das hat funktioniert Was? Ich baue irgendwas Zwei Sekunden später Moment, stimmt das überhaupt? Funktioniert das? Was? 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 Ich muss auch offline Sonst überziehe ich Bis zum nächsten Mal und tschüss Bis zum nächsten Mal und tschüss Bis zum nächsten Mal